Was geht Leute? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal kein Brawl Stars Video wie sonst. Heute gibt es ein ernstes Realtalk Video, denn ihr seht es schon am Titel. Ich werde Vaterfreundin. Das ist kein Spaß. Ihr wisst ja, ich habe eine Freundin, Brauge aka Cindy und wir sind schon seit über drei Jahren zusammen. Bald, am 1.7.2017 sind wir zusammengekommen, sprich bald sind wir vier Jahre schon zusammen. Und sie ist sehr wahrscheinlich schwanger. Wir werden heute Mittag, denke ich mal, den Test holen gehen, den dann machen. Das auch natürlich dann direkt mitteilen, wie er ausgefallen ist. Aber sie hat jetzt schon seit eineinhalb Monaten keine Tage bekommen. Und ja Leute, was soll ich sagen? Ich bin selber sehr überfordert mit der ganzen Situation, weil ich auch nicht ganz weiß, was ich davon halten soll. Weil ihr wisst ja, ich bin selber erst 22 Jahre alt geworden. Und ja Digga, das ist sehr krass für mich, sehr krass für Cindy auch. Also wir sind sehr, keine Ahnung, also wir sind glücklich. Wir sind sehr glücklich, aber es ist halt relativ früh für ein Kind. Und finde ich absolut, ich denke mal, da könnt ihr auf jeden Fall zustimmen. Und ja Leute, also bald kommt klein Dennis Brod zur Welt, hoffentlich ein Junge. Dann, weil Leute, ihr wisst, Mädchen eine Tochter haben. Ja Digga, ich weiß nicht, lieber auf jeden Fall einen Sohn. Lieber, oder was sagt ihr Leute? Schreibt es in die Kommentare. Und ja, verfolgt auf jeden Fall das Ganze später auf TikTok. Wir werden dort alles posten. Und auf Instagram, ich heiße dort Dennis Brod unterstrich. Und ja Leute, lasst alle ein Like da. Später gibt es noch ein kleines Update zu der ganzen Sache. Auf YouTube auch. Und ja, ich wollte euch das Ganze mitteilen. Ja, das war's von mir. Ciao, ciao.